Janus, meine Insel, mein Leben, Isabel, meine Liebe. Jeden Tag verbrachten wir zusammen. Eines Tages ertönte plötzlich ein Schrei. Isabel! Was ist denn, Mädchen? So lebten wir viele Jahre. Sie haben eine ganz entzückende Tochter. Entschuldigen Sie mich. Meine Schwester erlebte eine grauenvolle Tragödie. Ihr Mann und ihre kleine Tochter sind auf See geblieben. Sie wäre jetzt so alt wie ihr Mädchen. Sie gehört nicht zu uns. Wir dürfen sie nicht behalten. Sie ist ihre Mutter. Ich bin ihre Mutter. Du hast gesehen, was wir ihr angetan haben. Eines Tages wirst du glauben, es war alles nur ein Traum. Versprochen.